Italien trauert um Sammy Basso, den 28-jährigen Biologen und längsten Überlebenden der seltenen Erbkrankheit Progerie. Basso stirbt in Tezzi sul Prenta nach einem Restaurantbesuch. 1995 in Schio geboren, wird bei ihm im Alter von zwei Jahren Progerie diagnostiziert. Diese seltene Krankheit führt zu einem bestäunigten Alterungsprozess. 2005 gründet er mit seinen Eltern die italienische Progerievereinigung Sammy Basso, um Betroffenen zu helfen und die Krankheit bekannter zu machen. Sammy Basso schließt 2018 sein Naturwissenschaftsstudium an der Universität Padua mit einer Arbeit über Therapien zur Verlangsamung der Krankheit ab. Bekannt wird er durch den National Geographic Dokumentarfilm Sam's Journey, der seine Reise durch die USA zeigt. Auch im italienischen Fernsehen tritt er mehrmals auf und macht sich für die Progerie-Forschung stark. Progerie, auch Hutchinson-Gilford-Syndrom genannt, wird durch Genmutationen verursacht und führt dazu, dass Betroffene ab dem Kindesalter rasant altern. Die Lebenserwartung liegt im Durchschnitt bei nur 13,5 Jahren. Progerie ist extrem selten und betrifft etwa einen von acht Millionen Menschen. Trotz der Krankheit bleibt Basso ein Symbol für Mut und Lebensfreude. Sammy Basso wird in Italien und weltweit für seinen Einsatz gegen die Progerie und seinen optimistischen Umgang mit der Krankheit bewundert. Seine Arbeit und sein öffentliches Engagement hinterlassen einen bleibenden Eindruck und setzen ein Zeichen im Kampf gegen diese seltene Erbkrankheit.